Dieses Mal lassen wir uns besonders klanglich neu inspirieren und erweitern unsere improvisatorischen Fähigkeiten auf rhythmischen und auf dynamischen. Und bis zur G-Seite gemütlich hochspielen. Gut, das sind die Tools insgesamt, die wir in der Improvisation verwenden. Guckt ihr jetzt dazu. Im Clean Sound natürlich immer einen Kompressor eingestellt, unbedingt dabei haben. Und fairerweise, ich habe natürlich meinen Baby Preamp mit dazu eingestellt. Vielen Dank.